hallo liebe freunde also wieder zu einer neuen folge mit wirtschaft ja wir sind immer noch am ansehen und die könne nicht jetzt würde ja die gute mais dass das fertig wird das auto ist wieder weg das wurde nicht abgebucht wie wieder konnte stand aussieht so sieht es aus ich muss mal gucken ich habe irgendwie meinen ton zu leise glaube ich oder ne ist ok dann ist gut schön gut gedüngt hier vom feinsten der kai ist auf dem weg nach usa hoffe ich mal gucken was da los ist überhaupt noch irgendwann sich jemand meldet ja und der rest ist am arbeiten hier nicht gehört ja hallo könig ja guten tag wühlacker mein name von der stadt höchstel spreche ich da mit dem herrn ja wer ist der wühlacker ja 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 könig ja ja am apparat ja ich habe da eine ernste sache und zwar haben wir im bereich riesen weg und wasserproben genommen die sehen sehr bedenklich aus ach so ich habe gerade gedacht heilwasser qualität wir gehen also davon aus dass sie ja wahrscheinlich zu viel dünner verwenden ja ich kann ihnen das erklären wir haben einen mitarbeiter der leo der pieselt immer auf die felder und wenn man die ränder und das ist bestimmt davon dass ja nee das ist es nicht jedenfalls stellen wir ihnen fahrzeuge bereit dass die bitte von jedem feld was sie haben boden oben nehmen entsprechend die an uns einschicken sie wissen schon dass mir halb dreiviertel riesen weg gehört das ist mir aber gerade mal egal wir können ihnen auch gerne eine klag an den hals schicken wegen umweltverschmutzung nur weil liebermann geschifft hat jetzt haben wir mal die füße still ja okay ich schicke jemanden los ja wir möchten also diese bodentoben sehen und dann werden sie aufgefordert in zukunft so zu bündeln und zu kalken dass es dem boden nicht schadet ja mit dem meisten vertrag wir wollen ja was verdienen hier und wir werden des weiteren das wird nun mal wasserproben nehmen und das ganze kontrollieren ah ja ja was kostet spaß die proben ich meine pro pro 100 euro was sind das sperma proben oder was naja das kostet einigen aufwand herauszufinden was an dem boden falsch ist der boden wird analysiert analysiert was dort an kalk und einvaisuerung drauf muss die sachen kriegen sie zur verfügung gestellt und dann haben sie dich daran zu halten Das haben wir früher anders gemacht. Der Leo hat sich hingekniet, man mit der Zunge über den Boden gelegt, dann wusste er direkt, da ist zu viel Phosphat und zu viel dieses oder jenes und demnach haben wir dann gedüngt. Das war früher, heute arbeiten wir anders. Achso. Da brauchen wir aber auch nicht zu diskutieren, Herr König. Ja, okay. Das machen wir einfach so und wir werden das kontrollieren. Ach, das Fahrzeug ist beim Händler oder was? Das werden wir über den Händler an Sie liefern lassen, ja. Alles klar, okay. Dann beauftrage ich jemand. Mit dem entsprechenden Gerät. Okay. Wissen Sie Bescheid? Wir melden uns wieder. Okay. Ich freue mich. Alles klar. Ja, danke. Tschüss. Was ist denn das für ein Spaß? Ich habe noch gesagt, der soll nicht immer aufs Feld pissen. Ich stelle dich jetzt da ab. Ruhig mal den... dem Tom... Tom Tom Meier. Meier, das hieß der, glaube ich. Ja, so ich gehe mal an. was wir was bis zum arbeit zurzeit noch muss das durch gut fahr mal zum zum händler oder doch zum händler müsste das eigentlich sein da ist irgendein fahrzeug oder irgendwas bereitgestellt wurden für irgendwelche boden proben zu ziehen wir müssen wir müssen auf jedem acker beziehungsweise auf jeder fläche die uns gehört boden proben ziehen und die wissen alle irgendwo hingeschickt werden dass da lebens in den zettel im fahrzeug hat sie gemeint oder irgendwo ist das wo wir das hinschicken soll eine adresse da soll das hingeschickt werden und das muss regelmäßig jetzt geprüft werden auf jeden feld alles die uns aber schon klar dass wir ganz halb riesenbeck ich habe gesagt drei vierte riesenbeck gehört uns und nur weil leo hier da mal irgendwo hingepisst hat es war kein grund dass wir hier doch das wäre jetzt neu und grundwasser wieder scheiße und und ist ja muss gemacht werden dann mache ich mich im weg genau ich dann war es nicht beim händler ist oder so da muss bescheid geben da rufe ich die habe ich die planst du wieder an okay alles so so und objek auch schon am landes servus ich bin fertig mit ansehen wir haben da schon gegrubert gequatscht geträcht auf dem feld an 123 und so weiter ja ich habe eben so die kuh angerufen irgendwie mit mit bodenproben und ralala haben wir da auch irgendwas an fahrzeugen geändert oder so weil da irgendwas mit grundwasserscheiße muss ich noch nachrüsten überall ja ich hatte ich wollte jetzt kalken ja kann ich aber eben schnell machen mit fix gemacht okay ich kann dann zum hof na ja alles klar okay ja so der hat er denn jetzt auch karl der meier karl die ruhe noch gut sagen ja ja da mal hier du bist auch am ansehen ja sollen wir die fahrzeuge tauschen ich fahr zum hof mich schwer anfällt 27 ok dann da vorbei kommt ja ich kann da hin ich komme hin bis gleich okay bis gleich tschüss f mit ammisch lacht Nichts mal, nichts ist da. so ich werde wir sehen hier dann stehen oder moin und hast noch viel drin was hast du noch viel drin ja dann mache ich meinen beziehungsweise dann mache ich den der ja ich kann sie mit ihm dann tauschen so das ist ja so ich fahre dann los ne ja bis später jetzt den dreck aber war schon ein schöner dreck so 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 moin jack ja moin du ich bin so gut wie fertig aber eben zwei kabel hat schon sowas ja perfekt das habe ich jetzt im karl abgenommen der fährt das mit meinem weiter mit dem deutsch na gut wenn man dann saubere fahrzeuge hat war er war in der größe alles klar ja dann macht er noch ist nur im stecker reinstecken hier okay alles andere habe ich schon vorbereitet ja ich guck mal gerade mal rein du hast du hast jetzt da so eine schöne anzeige da drin ja und da steht so ein knopf darin darfst du dann nicht drücken mit dem aktivieren da falls es dann mal passiert dann muss es einfach noch mal drücken dann ist automatisch eingestellt also auch die marke aus dem menge die das ding nicht drücken okay genau nicht drücken darauf stehen bleiben das ist jetzt automatisch eingestellt alles müsste ich jetzt hier stand automatisch ja okay und sonst sein funktionieren falls ja der macht das dann automatisch die die technik und so das schaltet dann alles automatisch wie viel dann der sagt mir dann genau also das weiß dann genau wo ich war und schmeißt dann auch nichts mal raus genau der gps wird das gemacht das habe ich noch im fernseh gesehen das spart ja immens zeug ja klar weil wir geld ausgegeben ja leider so eine tante vom 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 amt hat angerufen grundwasserwehr für solche gesagt ja ich wüsste der leo pist ab und zu mal ins wasser und auf dem feld und kackte bereiten damit hätte nichts zu tun jetzt habe ich stehen den den die hasse denn jetzt den meyer schon losgeschickt mit so einem probewagen irgendwas der zieht proben ja und das ding hier weiß jetzt genau wo man fahren und wo man nicht fahren und wo man schon was gestreut haben aber nicht das wüsste das klingt nach richtig kohle das weiß ich noch nicht ich weiß nur pro probe die der zieht 100 euro fällig sind überlegt mal wie viel du für fällt für so ein feld brauchst ja vor allen dingen kommen auf die felder die wahl haben die ganze dorf gehörte um drei vierte riesenberg gehört uns rechne dir mal schon mal aus warte mal was haben wir denn hier wie viel felder 1 2 3 4 vor allen dingen direkt der kann ja sonst nicht verarbeiten der ist ja mit dem probe da ganze zeit beschäftigt 30 40 40 felder so 4000 ocken 4 5000 ocken wirst du dafür los ja nur für die proben naja gut das gute ist daran was spart ihr bisschen was ein aber ich glaube nicht dass das ausgleichen 40.000 euro wenn eine zähne pro feld hast ja stimmt hast auch wieder recht ich bin da nicht so richtig wach heute mal 40.000 die sparen die sparen wir auf keinen fall ein zähne pro feld hast und 100 kosten ja 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 das 1000 pro feld war ja logisch klar alter das sind wir da wir mehr haben ja sicher also zumindest so spiel schaffen nachher dazu vernünftig zu verkaufen wäre also so viel sparen wir auf keinen fall ein oder ich bin ein bisschen okay dünner und so kalt sparen ein aber so viel hier auch nicht oder ja auf dauer gesehen denke ich dann aber schon ne also kalk ist ja ziemlich teuer macht und wenn man immer kalt überall drauf streut dann ja schon viel mit einsparen denke ich auf dauer ich wollte nicht mehr ewig hier auf dauer bauer ist das ja für mich lohnt sich das jetzt im prinzip überhaupt nicht mehr aber für uns was schwarz vorgesetzt wird vorgesetzt leider waren drei ist das eine scheiße ist das unfassbar ja das gibt es gar nicht werden werden da angerufen wenigstien auf wurm stich oder irgendwie so was wenn eine frau wo wo mich nicht oder irgendwie nie wo und der wild wuchs wie so was meine frau das hat vielleicht wild wuchs kräftliche stimme ja bestimmt oder da muss man jemand damit so mit so was ist und spinnweben ding mal vorbei wedelt mit feuchten wedel vorbeifüllen ja ja in folgt durch wählen oder so na ja links und rechts vom bache wuchs wild ja wahrscheinlich da wird so verwildert seine welt durch nämlich kann er gewesen sein weiß man nicht ich kenne die alle rolle ja so schnell so so viel los ist sagen wir so aber wo bin ich freunde wenn euch gefahren hat lassen dürfen daran aber während räumchen wenn er mit uns reden mal kommt die vorbei die nummer steht in der video beschreiben bis dann bis dann hat rein tschüss